so hallo zusammen in diesem film möchte ich euch unsere barschägen vorstellen erhältlichen zehn verschiedene farbvarianten am ende vom film seht ihr dann noch mal einzeln alle farbvarianten welches zu kaufen gibt was man selber zu den hägen sagen kann wir schon sinken verfügen sie jeweils über drei kleine köderfische mit circa vier zentimeter länge ideale barschköder das vorfach eine gesamtlänge von 1,60 m und eine schnur stärke von 0,28 mm zum gebrauch beim angeln einfach unten im dünnen blei oder hegen bleibe es wir auch anbieten anbinden circa 30 gramm reicht völlig und damit können die ideal angeln den oberen teil spricht den oberen abschluss des vorfachs einfach an der hauptschule montieren und somit können die vertikal vom boot aus ideal mit barschägenen in den gewässern in denen es erlaubt ist auf barsche angeln ich hoffe ich konnte euch die neuen barschägenen in den neuen farbvarianten kurz vorstellen erhältlich bei eurem teckel dealer viel spaß am wasser viel erfolg beim barschangeln petri hall